Hallo, guten Tag. Guten Tag, kann ich etwas für Sie tun? Ja, geil. Ich möchte mir ein neues Kleid erschaffen und dann brauche ich jetzt hier ein Rad. Hier haben wir ein paar Modelle im Angebot. Ich empfehle Ihnen, diesen Teil anzuprobieren. Oh, leider mache ich kein von diesen Kleid. Dann kommen diese Kleider hier für mich nicht in Frage. Dann rate ich Ihnen, diesen Kleid mitzunehmen. Ich habe gerade ein neues Modell bekommen. Möchten Sie diesen Kleid anprobieren? Ja, natürlich. Oh, diese Farbe mache ich nicht. Welche Farbe wünschen Sie? Ich weiß nicht. Vielleicht rot? Okay. Hier haben Sie. Danke. Oh, dieses finde ich besser. Ja, ich muss Ihnen sagen, dass es bei Kleidern große Bescheide gibt. Außerdem müssen Sie bedenken, dass diese Kleider eine bessere Qualität haben. Auch danke für Ihre Nebenweis. Könnte ich mal dieses Blumen dort im Roste 36 abholen? Ja. Hier bitte. Danke. So, das war sehr gut. Sie sollten auch noch berücksichtigen, dass das Kleid nicht so teuer ist. Wie viel kostet es denn? 146 Euro. Was? Ich dachte, dass es nicht so teuer war. Das ist nicht teuer. Doch. Das muss ich mir noch überlegen. Okay. Vergessen Sie mich, dass es um eine ausgereignete Qualität geht. Okay, okay. Ich würde gerne mir noch ein paar Geschäfte anschauen und dann werde ich eine Zeit gut treffen. Wie Sie wollen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wie Sie wollen. Untertitelung des ZDF, 2020